Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer, zurück in der Ägypten-Mission, werden es nochmal versuchen, auf geht's. So, auf geht's. Wir müssen hier direkt los, um uns das alles zu sichern. Salah ad-Din Yusuf, von den Franken Salah ad-Din genannt, war noch ein junger Mann, unerfahren in der Schlacht, aber gerissen wie eine Spinne. Okay, wir versuchen uns jetzt gleich hier mal ein paar Sachen zu holen. Asad ad-Din Shirkou, der Berglöwe, ein Soldat kurdischer Herkunft, diente auf Geheiß von Nur ad-Din. So, hier werden wir Verstärkung bekommen dann immer. Das hier wird mal meine Eins. Für jedes eroberte Gebiet erhielt Shirkou die Unterstützung der örtlichen fatimidischen Garnison. Okay, hier müssen wir uns gleich zurückziehen. Mit der Wärme der Morgendämmerung übernahmen die Damascener die Oberhand im Kampf um die Vorherrschaft. So. Das leiten wir hier gleich an. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Perfekt, hier kommen jetzt auch noch ein paar. Bisschen schneller bewegen, bitte. So, zum Glück hatten wir jetzt nicht so viel Kabalatel gegen die Speerkämpfer. Da helfen wir mal mit. Hier drüben, hier links, haben wir schon Probleme. Schnell auf die linke Seite. Also, haben wir schon, ah ja, wir haben schon eine Verstärkung. Verstärkung schicken wir mal hier hin. Ja, da wird es jetzt schon wieder ein bisschen eng werden. Also, ihr seht, das ist jetzt eine reine Militärmission natürlich. Schauen wir mal, ob das mit unseren Armeen ausreichend sein wird. So viel haben wir auf jeden Fall nicht. Da ist, glaube ich, grüße dich. Shirkou wusste, die Franken würden in Anbetracht der Verluste nicht untäglich. Er sammelte seine Männer, um die neugewonnenen Gebiete zu verteidigen. So, schauen wir mal, ob wir das hier hinbekommen. Ja, wir werden halt ein paar Kabalaristen gegen die Speerkämpfer verlieren, aber das kriegen wir, glaube ich, hin, die zu besiegen hier, oder? Wir haben natürlich durchaus ein paar Verluste. Hier brauchen die auch schon wieder Hilfe. Frische Krieger aus Damaskus standen in Alexandria bereit und warteten darauf, den Feind erschlagen zu können. Perfekt. Okay, perfekt. Jetzt nehmen wir das hier ein. Kavallari rechts rüber. Schnell. Kavallari rechts rüber. Das hier nehmen wir ein. Rüberlaufen. Oh Gott. Die habe ich leider ein bisschen jetzt, ja, sinnlos in den Tod geschickt. Da habe ich nicht aufgepasst. Im fatimidischen Ägypten kam es zu politischen Unruhen. Einige schlossen Pakte mit Feinden aller Banner. Nur um diese Bündnisse nach einer Wendung des Schicksals sofort wieder zu brechen. Ja, das sieht jetzt wieder nicht so gut aus. Müssen wir uns jetzt hier einmal sammeln. Aber das müssen wir dringend zurückerobern. Das ist wichtig. Wir müssen hier die Oberhand behalten, sozusagen. So, schauen wir mal, ob wir hier das gewinnen können. Wo bleibt unser Verbündeter? Saladin kämpft, so gut er kann. Aber das wird eine knappe Sache werden. Das wird eine knappe Kiste. Aber wir haben es gewonnen. Vielleicht nicht gegen Schwerkämpfer mit Kavallerie reinreiten. Das wäre gut, danke. Aber da können wir reinreiten, da unten. Ich würde die hier... So, also ihr versteht, wir müssen das hier jeweils diese Lager einnehmen. Dann bekommen wir die Unterstützung. Wir müssen halt die Oberhand gewinnen gegenüber den Franken. Mein Mikro war auch schon mal besser, aber... Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir kriegen bald wieder Verstärkung, 40 Sekunden. Wir müssen jetzt hier einfach durchhalten. So, da kommen wieder ein paar Feinde. Zu ihren fränkischen Brüdern gesellte sich ein neuer Feind. Die Tempelritter. Wo ist denn jetzt hier wieder der andere Held? Den habe ich jetzt irgendwie verloren. Tempelritter ist auf jeden Fall nicht sehr gut. Was ist denn jetzt der Held? Den hatte ich doch hier irgendwo hingeschickt. Hier, da ist er. Mitkommen. So. Höhen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Und dann geht es bitte hier runter. Bogenschützen, ihr bleibt mal hier bitte. Wir haben hier eben ein paar Sperrkämpfer, die uns zur Verteidigung helfen werden. So, dann greifen uns gerade die Tempelritter an, was nicht so geil ist. Ja, die erobern das jetzt hier. Wir müssen schnell sein. Ob unsere Armee reicht? Die Templer greifen an hier, wie ihr seht. Tempelhochmeister. So, wir haben jetzt schon überall unsere Verbündeten. Was ist das? Schnell da reinreiten, reinreiten, reinreiten. So, schnell wieder die Rüstung aktivieren. Verschwindigkeit aktivieren. Und jetzt rein da noch. Komm, vorwärts. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Und dankeschön, Theis. Vielen lieben Dank, Theis. So, vernichtet die Templer. Die sind leider sehr... Alter, was ist das für eine Armee, die da kommt? Rückzug. Rückzug. Wir brauchen die Verstärkung dringend. Rückzug. Eieieieiei, das wird jetzt nochmal ein harter Fight. Da bräuchte ich vielleicht doch noch die Bogenschützen dazu. Ob die noch rechtzeitig kommen. Wir haben aber viele Sperrkämpfer. Ich glaube, der eine Held ist schon gefallen wieder. Wir haben wieder Verstärkung am Hafen. Schnell, schnell, schnell. Kommt schon. Oh Gott, wir verlieren das. Oh Gott, wir verlieren das. Okay, ne, die Bogenschützen mal da hinten hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Tempelritter sind leider so mächtig. Schnell, schnell, schnell. Oh, wir haben die ganze Armee verloren. Oh mein Gott, wir haben die ganze Armee verloren. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war jetzt sehr ungünstig, leider. Bleib mal hier unten. So, wir haben jetzt... Ja, das wird jetzt nichts. Die Bogenschützen müssen hier mitkämpfen, bitte. Perfekt. Hier zieht euch ein bisschen zurück. Jetzt schießt ihr wieder. Ah, jetzt greifen unsere Templer uns überall an. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? So, aber restliche Armee muss einmal mitlaufen, bitte. Wir müssen da jetzt schnell wieder hoch. Ja, die Mitte verlieren wir wahrscheinlich. Laufen wir mal schnell nach rechts, um das zu erobern hier wieder. Oder zu halten noch. Oder vielleicht kann ich die Templer besiegen. Wenn ich da schnell hinlaufe. Wir haben wieder Verstärkung bekommen. So, das haben wir auch wieder erobert hier. Ah, da drüben sind uns die Templer natürlich auch schon wieder hingegangen. So, helfen wir da mal mit. Natürlich, aber da oben haben wir ein paar Reiter. Ja, jetzt können wir es hier erwischen. Auf mal da weiter gleich. Kavallari, helft mit, die Templer zu besiegen, bitte. Bogenschützen, ihr bleibt hier. Bogenschützen, ihr schießt hier drauf. Ein Kavallaris bleibt hier zurück. Der Rest hilft hier, bitte mit. Und bleibt da hinten. Ein bisschen Hit and Run machen, bitte. Nach einem Vorteil suchend, schürten beide Seiten die Feuer des Krieges. Während sich Soldaten an der Front ansammelten. Das muss doch jetzt möglich sein, das zu gewinnen hier. Vorwärts. So, hier Angriff. Ach, hier unten sind schon wieder die Tempelritter. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wir haben wieder Verstärkung. Oh, die ist aber, das ist jetzt eine größere Verstärkungswelle, oder? Ah, das ist unser Held. Könnt ihr die mal nach oben locken vielleicht? Gibt's doch nicht. So, hier hin. Äh, hab ich hier irgendwo noch Truppen? Hier hab ich eine einzelne Armee. Ich brauch jetzt aber meine Armee hier. Wir müssen jetzt die Feinde hier bestiegen. Müsse zurücklaufen. Okay, jetzt müssen wir sie aber bestiegen, bitte. Wo ist Saladin? Wir brauchen Saladin. Was wartet ihr denn noch hier? Lauft schneller. Oh oh. Das sieht auch wieder unglünstig aus. Ziehen wir uns hier mal ein bisschen zurück, bitte. Ah, wobei, wir schaffen das sogar, die zu besiegen. Sehr gut. Das ist der Tempelhochmeister. Ich glaube, wenn wir den töten, ist das gut für uns. Sagen wir's mal so. So, nun läuchten wir da bitte mit. Ich weiß, ich muss mehr mit Hotkeys arbeiten. Leichter gesagt als getan. Ja, das da unten wurde auch schon wieder eingenommen. Oh Mann. Läuft jetzt mal hier hin. Dann schicken wir hier die Verstärkung hoch. So, die Sperrkämpfer müssten das doch jetzt hier mal hinbekommen. Puh, wir sind hier hart unter Druck. Da kommen schon wieder Feinde, aber das müssten doch jetzt die, äh, Kavallaristen schaffen. Ah, die machen uns hier ziemlich nieder. So, aber die paar Militsoldaten kriegen wir, glaube ich, down. Verstärkung läuft hier hoch. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell da hoch und das links wieder erobern. Oder wir verteidigen rechts. Wir verteidigen erst rechts. Wir helfen da mit. Wir helfen hier mit. Wie viel wird man hier auch überall angegriffen, Mensch? Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Kommt jetzt. Wir haben Verstärkung wieder. Das funktioniert. Habe ich hier nicht noch mehr Truppen? Einmal sind hier. Warte mal, kämpfen die da oben? Oh, das sind die Templer schon wieder. Dann greife ich die Templer hier an. Hier haben wir gewonnen. Da kommt aber gleich wieder eine Armee gegen uns. Aufstellung. Zum Glück kommt hier noch mehr Verstärkung gleich. So, schön noch die Sperrkämpfer fokussen, bitte. Dass die meine Kabbalah hier nicht so niedermachen. Ja, und die Templer sind leider wieder extrem stark. Habe ich hier noch irgendwo Truppen? Hier habe ich noch eine Armee. Hier habe ich wieder den Helden. Da kommt wieder eine Verstärkung. Oh, sind die Templer auch wieder hier? Das ist nicht gut. Zieht euch mal ein bisschen zurück hier, Bogenschützen. Na, vielleicht könnte man das noch gar gewinnen. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Wo bleibt die Verstärkung? Wir brauchen dringend Ordnung. Wir brauchen dringend die Verstärkung. Da kommt die Verstärkung. Schnell, bewegt euch schneller. So. Hier greifen wir an. Da verteidigen wir immer gegen diese Franken. Wo ist Saladin eigentlich? Spawnt ja nicht nochmal neu. Oder steht Saladin irgendwo? Und ich habe ihn übersehen und verloren. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir wenigstens ein paar Sperrkämpfer jetzt gegen die, gegen den Hochmeister da. Töte diesen Hochmeister, verfliegt es nochmal. Komm, töte ihn. Ja, danke. Okay, Rückzug. Unterzahl, Rückzug. Da kommt Verstärkung. Ei, 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 ei. Jetzt werden wir hier wieder überrannt. Das kann nicht sein, wir sind kurz vor dem Sieg. Und sie überrennen uns wieder. Warte mal, vielleicht helfen wir jetzt erstmal hier links. Das geht schnell. Wir werden die Hauptdarmie hier wieder hin darf. Rückzug, Rückzug. Wir waren so kurz vor dem Sieg. Der blaue Balken ist fast voll. Oh, das kann nicht wahr sein. Komm, trenn, 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 trenn. Oh nein. Wie blöd. Okay, hier. Angriff. Ja, die Mitte wird auch wieder überrannt. Das kann doch jetzt nicht sein. Diese Tempelritter. Sind schon echt hart. Harte Nüsse. Der mühevolle Einsatz der Franken trug sie dem Sieg immer nicht. Oh ne, wir verlieren hier sogar. Kommt noch ein Bonus für uns oder so? Irgendein Bonus gegen diese Tempelritter oder? Also... Das kommt wieder Verstärkung. Ah, Bogenschutz, Rückzug. Alter, was sind das für Armeen? Was sind das hier für Armeen, gegen die wir kämpfen müssen? Wir waren so kurz vor dem Sieg. Wie viel Hochmeister gibt's eigentlich von diesen Tempelorten? Kann mir das auch mal einer erklären? So, helfen wir hier mal mit. Vorwärts. Aber jetzt werden wir ja völlig überrannt. Also wirklich. Auf allen Zeiten. Ach, hier war Saladin. Kann das sein? Glaub schon. Unsere Kavallerie bringt halt gegen Reiter nichts. Äh, gegen Ritter. Und die haben halt so viele Ritter. Ich kann auch leider keine Upgrades machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie was gibt, um die Ritter zu besiegen. Aber wir haben jetzt tatsächlich jeden einzelnen Stützpunkt gerade verloren. Ich glaube, wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitspunkt. Ja, da... Überall diese riesigen Armeen der Franken. Wir können ja nicht mal mehr was zurückerobern. Alter, was sind das für... Achso. Was sind das für Armeen? Das ist ja echt verrückt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. So, die Milizsoldaten müssten wir, glaube ich, aber platt bekommen, dass wir hier mal wieder was zurückerobern, wenigstens. So, wir helfen mal hier links. Links, 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 links. Oh, jetzt haben wir gleich verloren. So, hier noch kämpfen, 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 durchhalten. So, die hier kriegen wir besiegt. Du bleibst, wir laufen dann da hoch, 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 Bogenschützen, die da oben können wir platt bekommen. Ach, jetzt komm schon, jetzt sind hier wieder, jetzt sind hier wieder die Tempelritter, es kann nicht wahr sein, dass da jetzt schon wieder die Tempelritter sind. Wir hatten knapp diesen Zeitpunkt verpasst, glaube ich, wo wir hätten gewinnen können. Das haben wir knapp verpasst. Ja. Ha, verflixt. Diese Mission ist echt tricky. Diese Mission ist echt tricky. Doku, ich grüße dich. Templer vernichten, ich rufe mal nach dem Franzosen und dem Papst. Ähm, nee, wir spielen sogar, ach krass, wir hatten, das war sogar Mittel als Schwierigkeit, das war dennoch extrem schwer. Puh, okay. Hatte ich noch irgendwie, äh, bei einem Test irgendwie was scheinbar falsch eingestellt gehabt, aber gut. Wir schaffen es ja nicht mal bei Mittel, das war aber knapp gewesen wieder. Ja, da fehlt halt die, äh, die ATM, da geht es halt sehr viel um Schlachtkontrolle, ja, das ist richtig. Okay, aber dann würde ich sagen, versuchen wir es gleich nochmal. Haha, Platonius am Dienstag, ja, schauen wir mal, Dienstag könnte durchaus Sinn machen. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr es kommt. Also gut, dann werden wir es nochmal probieren. Ich meine, der Anfang lief echt gut. Wir hätten ja fast gewonnen, diese Tempelritter haben wir uns wirklich, haben wir uns wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also komm, gibt es hier nochmal irgendwie Hinweise oder so? Warte mal. Ändern, nee, ändern will ich nichts. Nochmal spielen. So, wir probieren es nochmal. Es gibt glaube ich einen Hinweis, wenn man ins Hauptmenü geht, da schauen wir mal ganz kurz. Vielleicht gibt es irgendeinen versteckten Hinweis, den ich noch nicht gefunden habe, der es uns ein bisschen einfacher macht. So, in dieser Mission stehen Ihnen keine Dorfwohner oder Rohstoffe zur Verfügung. Stilessen erhalten Sie alle paar Minuten Verstärkung. Die Kontrollreise bewegt sich Richtung der Seite, die die meisten Eroberungspunkte hält. Ja, das kennen wir alles. Das fränkische Lager ist Ihnen nicht zugänglich. Beziehen Sie die Franken, indem Sie die Kontrolle über das gesamte Gebiet erlangen. Wow, okay. Viel bringen tut mir das jetzt auch nicht, aber okay. So, wichtig ist auf jeden Fall am Anfang direkt alle Gebiete hier erobern. Das ist ganz wichtig. So, den packe ich schon mal hier vielleicht zur Hauptdarmie hin. Der Berglöwe, ein Soldat kurdischer Herkunft, diente auf Geheiß von Nur-Ad-Din. So, wir sammeln uns jetzt da drüben dann direkt. Für jedes eroberte Gebiet erhielt Schirkuh die Unterstützung der örtlichen fatimidischen Garnison. Wir müssen vor denen dort sein. Los, los, los. Ja, sehr gut. Die Sorgendämmerung übernahmen die Damascener die Oberhand im Kampf um die Vorherrschaft. Salahaddin Yusuf, von den Franken Salahaddin genannt, war noch ein junger Mann. Unerfahren in der Schlacht, aber gerissen wie eine Spir. So, hier machen sie nun schon gleich Probleme. Links hoch. Da kommt die erste Verstärkungswelle. Leider nur eine sehr kleine. Die würde ich hier hinschicken wollen. So, vorwärts. Ich habe hier noch irgendeine Armee stehen. Erstmal ist das kein Problem hier. Die Sperrkämpfer hingegen, die sind ein Problem. Nein, nicht gegen Sperrkämpfer rennen. Genau, wir lenken die einfach ein bisschen ab. Das ist gut. Dann können wir hier unten die bekämpfen. So, hier kämpft, kämpft, kämpft. Hier helft bitte hier oben mit. Das haben wir. Wie viel Verstärkung kommt. Kommt schon. Frische Krieger aus Damaskus standen in Alexandria bereit und warteten darauf, den Feind erschlagen zu können. Oh, das kann doch nicht sein. Wir haben zu wenig Armee hier stehen, wir kriegen es nicht verteidigt. Jirkou wusste, die Franken würden in Anbetracht der Verluste nicht untätig bleiben. Er sammelte seine Männer, um die neu gewonnenen Gebiete zu verteilen. Ja, auch das ist leider leichter als gesagt, getan. Jetzt nehmen wir uns hier nochmal zurück. Nicht alles sinnlos verheizen ist immer wichtig. Hier, Angriff. Genau, ihr zieht euch hier zurück. Und sammelt euch jetzt hier gleich. Bonus-Schnelligkeit erhöhen. Hier links kämpfen wir auch schon wieder. Ja, bei dem Mal vorher lief es irgendwie besser. Der Start. Ich weiß nicht, wie es jetzt wieder so schlecht läuft. Ah ne, das haben die hier sogar hinbekommen. So, ich mach jetzt mal was ganz Neues, was Verrücktes, was ich sonst noch nicht gemacht hab. So, wir greifen jetzt hier gleich von zwei Seiten nochmal an. Nicht mit dir. Das machen wir mit euch, bitte. Oh Mist, es kam da drüben. Och ne, noch ne Armee. So, mal schauen, ob unsere Kammerlerie das hier hinbekommt, diese Bogenschützen platt zu machen. Dann hätten wir nämlich da oben mal ein Lager, was recht sicher ist. Das ist aber knapp, das wird sehr knapp. Zu ihren fränkischen Brüdern gesellte sich ein neuer Feind. Ja, schön, jetzt sind die Templer auch noch da. Yay, Templer. Auf die Templer haben wir alle gewartet, Freunde. Oh, nicht die Templer. Im fatimidischen Ägypten kam es zu politischen Unruhen. Einige schlossen Pakte mit Feinden aller Banner. Nur um diese Bündnisse nach einer Wendung des Schicksals sofort wieder zu brechen. Wo ist die Kavallerie? Kavallerie brauche ich einmal hier, bitte. So, die Templer kommen wahrscheinlich. Oh, da reiten sie schon, die Templer. Schaffe ich das hier? Ne, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Weiß nicht, wie stark mein Held ist. Ne, das werde ich nicht schaffen. Rückzug, rückzug, rückzug. Hier rüber. Angriff. Angriff. Oh, da unten werden wir auch angegriffen. Wo lauft die denn hin? So, Truppen schicken. Hier drüben vielleicht gegen die Templer mal helfen. Das wäre vorteilhaft. Das da unten kriegt ihr das hin alleine. Ohne Hilfe. Oh, nicht mein... War das mein Anführer? Ne, das war nicht mein Anführer. Warte mal, warten wir mal. Ah, das da oben erobern sie auch schon wieder. Natürlich. So, wir müssen natürlich auch die Vorteile nutzen, die wir haben. Da kommt die nächste Verstärkung. Da kommt die nächste Verstärkung. Ah, das behalten wir sogar. Sehr gut, sehr gut. Können wir hier kurz... Ist das eine Pause dann? Ja, ist eine Pause, ne? Puh, durchatmen und bedanken bei dem lieben Lash, der hier rein raidet. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Lash. Wir sind hier gerade bei vielleicht sogar eventuell einer der extrem schweren Missionen der neuen Kampagne. Es ist eine reine Kampfmission. Es ist echt super schwierig. Es geht nur um Micromanagement von Armee-Einheiten. Wir haben hier, ihr seht es unten auf der Minimap, wir haben hier mehrere Standorte. Das sind sozusagen neutrale Dörfer. Und immer wenn man dieses Dorf selbst hält, dann werden da verbündete Einheiten rekrutiert, die kämpfen für einen. Und wer über längere Zeit die Mehrheit der Dörfer hält, der gewinnt sozusagen hier als Damaskus gegen die Franken. Das ist mega geil, es ist nur mega schwierig und ich habe halt nicht deine ATM-Lash, ne? Für mich ist es eine Herausforderung, für dich wäre es wahrscheinlich irgendwie ein Kaffeekränzchen, aber ja. Schön, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich und weiterhin viel Spaß. So. Gegen Templer ist es halt auch einfach so schwierig zu gewinnen. Ich weiß nicht, was wir gegen Templer machen wollen. Bin ich ehrlich. Diese Templer machen uns echt so platt. Ja, Bezug, Bezug. Bezug. Schnell, ich brauche die andere Verstärkungsarmee. Die Templer dürfen da oben aber keinen Erfolg bekommen. Oh Mann, jetzt überrennen sie uns wieder. Wo bleibt die Verstärkung? 35 Sek- Alter, 35 Sekunden. Schlechter Scherz, oder? Ja, die Templer sind so hart. Es ist so hart. Das sind einfach Ritter und ich habe keine Truppen, die mir da helfen. So, das hier haben wir wieder unter Kontrolle. Oh, na ganz toll. Seht ihr, wie viele Ritter das sind? Bogenschütz und Rückzug, weil die sterben eh. Das bringt halt nix zu kämpfen. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Die haben einfach meine Sperrkämpfe einfach niedergeritten. Weil sie es konnten. Sammeln, sammeln. Ja, das kriegt ihr hin. So, Verstärkung ist da. Also, Spezialfähigkeiten nutzen. Valerien ein bisschen zurückziehen. Man muss hier so viel Micromanagement machen, das ist der Wahnsinn. So, hier mitkämpfen bitte. Die Templer überrennen uns einfach. So. Nach einem Vorteil suchend, schürten beide Seiten die Feuer des Krieges, während sich Soldaten an der Front ansammelten. Versuchen wir diese Templer dann nochmal zu besiegen, sonst überrennen die uns einfach. So, gleich mal die Verteidigungsboni holen. Schauen wir mal, ob wir das jetzt nicht hier hinbekommen können. In Überzahl. Ach, noch mehr Tempelritter, natürlich. Ähm. Ich brauche neue Ideen. Okay, wir greifen direkt hier oben wieder an. Na, ich will doch nur den A-Befehl klicken, danke. So. Das hier kriegen wir hin. Verstärkung in 41 Sekunden, ja. Ein paar Boni uns holen. Und dann nach Osten marschieren, würde ich vorschlagen. Oh, da unten reiten die Templer wieder. Okay, jetzt greifen wir da oben wieder an. Das schafft aber die Kavallerie alleine, würde ich sagen. Hoffe ich jedenfalls, dass sie es alleine schaffen. Wir müssen uns da unten helfen. So. Die Verstärkung ist wieder da. Oh, da unten, ja, das sind die Sperrkämpfer. Das kriegen wir hin. Da kriegen wir die Templer besiegt. Ja, die Kavallerie bringt mir jetzt hier gleich nicht sehr viel. Ihr lauft hier runter. Oh, das sind aber Sperrkämpfer vor allem. Oh, das war leider ein bisschen knapper, als ich dachte, leider. Komm, töte den. Ja. Das haben wir wenigstens unter Kontrolle. Oh nein. Weg, 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 weg. Nein, jetzt habe ich hier meine Kavallerie verloren. Oh, unangenehm. Das war gerade ein bisschen unangenehm. Habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt maschinen wir mal wieder noch da rüber, schnell. Rückzug, Rückzug. So, da runterlaufen. Perfekt. So, wo war der Rest hier? Hier hochlaufen, bitte. Kavallerie, folgt bitte diesen Bogenschützen. Oh, das läuft aber hier schon wieder nicht so geil mit diesen Tempelrittern. Wobei, doch, wir kriegen sie down. Wir kriegen sie down, wir kriegen sie down. Mit den Sperrkämpfern zusammen. Geil. Geil, geil, geil. Rüber, rüber, rüber und helfen. Hoch, 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 hoch. Verstärkung holen. So, die kriegen wir alle down. Dann müssen wir da links hoch. Geschwindigkeit erhöhen. Vorwärts. Es wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht hinbekommen würden. Wir haben jetzt die Templer im Griff. Wir müssen es jetzt hier gleich wieder durchhalten. Wir müssen die hier jetzt alle einmal besiegen. Nicht unbedingt gegen Schwerkämpfer kämpfen, Freunde. Das nennt ihn so schlau. Außer man ist ein riesiger Überzahl. So. Oh, hier kommt aber wieder einiges. Rückzug. Rückzug. Wir brauchen mehr Truppen. So. Sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Und wieder angreifen jetzt. Und wir greifen hier wieder unten an. Schicken schnell die Verstärkung dort hoch. Komm schon, komm schon, komm schon. Kavalerie alleine reiten lassen, bitte. Schnell, ich brauch die Kavalerie da unten. Wenn wir das nämlich halten, dann sieht's gut aus. Okay, neuer Plan. Ihr lauft wieder hier hoch. Oh, Gott, ist das knapp hier. Nicht die ganzen Bogenschützen töten lassen. Helfen wir hier kurz mit. Okay, komm schon, durchhalten. Vielleicht brauch ich das obere Lager gar nicht mehr. Wir kriegen das so hin. Also, wir haben leider meine ganze Kavalerie hier wieder geopfert. Ganze Kavalerie wieder geopfert. So. Okay, wir helfen da links. Hier kommen Speerkämpfer. Da bringt mir die Kavalerie nix, aber der Rest hier. Der Rest hier darf da hinlaufen und helfen. So. Ja, ja, ja. Wir haben gewonnen. Och, das war hart. Das war schwierig. Im dritten Anlauf haben wir gewonnen. Puh. Puh. Schon bald beanspruchte Shirku Kairo für Nur-Ad-Din. Aber die ägyptische Herrschaft fiel nicht lange danach an seinen berühmten Neffen Saladin. Saladin. Jawohl, mit Saladin haben wir es geschafft. Und Shirkun gemeinsam. Es war hart. Es war aufreibend. Und es war eine sehr schöne, spannende Mission. Ich hoffe, den Zuschauern auf YouTube hat es gefallen. Wenn ihr ja, lasst gerne einen Like da. Würde mich freuen. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Dort gibt es auch regelmäßige Livestreams. Auch zu Age of Empires 4. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission. Macht's gut und auf Wiedersehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission.